Wer in Amerika heiraten möchte, der braucht dafür nicht viel, eigentlich gar nichts. Jedes Paar kann sich einfach an ein für sie gemütliches, romantisches Plätzchen hinstellen und sich da die ewige Treue und Liebe versprechen. Doch will man auch, dass diese Ehe staatlich anerkannt wird, braucht man eine Hochzeitslizenz. Diese bekommt man bei der Stadt. Das zukünftige Ehepaar muss das rechtzeitig machen, weil es bis zu drei Tage dauern kann, bis dieses Formular fertig ist. Beide müssen anwesend sein, also es reicht nicht, wenn da nur einer antanzt. Und Menschen, die bei den Behörden in dieser Abteilung arbeiten, die meisten lieben ihren Job. Weil man sieht da viele verliebte Paare, wie sie ihre Hochzeit, ihre Zukunft planen. Das ist immer schön. Meistens ist die Stimmung da sehr, sehr gut. Jedoch gibt es da auch ab und an Situationen, wo man als Mitarbeiter denkt, okay, die Ehe ist möglicherweise nicht für immer. Und dann gibt es in dem Job Situationen, die wird man nie vergessen. Wie der Moment, als die fröhliche Molly mit ihrem Verlobten ihre Hochzeitslizenz beantragen möchte. Molly Nicole Watson wurde am 15. Dezember 1982 in Morbilly, das ist eine Stadt, die heute über 13.000 Einwohner hat und sich in Missouri befindet, geboren. Molly wird von Familie und Freunden als unendlich liebevolle Person beschrieben. In ihrer Nähe war es immer lustig und schön. Sie war eine absolut wundervolle Person. Immer gut drauf und immer war sie beschäftigt. Molly hatte nämlich sehr, sehr viele Hobbys. Das war ihr Markenzeichen. Und die fabulöse Fähigkeit, alles unter einen Hut zu bringen. Molly liebte Marvel, Harry Potter, Disney. Sie liebte es zu singen, sich mit schönem Nageldesign zu beschäftigen, Make-up, sie nähte gern ihre eigenen Kleider, sie mochte Videospiele, hatte fünf Katzen und das sind nur ein paar Dinge. Ja, Molly war jemand mit sehr vielen Interessen und wenn ihr etwas gefiel, dann wollte sie davon auch immer 100%. Harry Potter lesen war nur der Anfang. Sie kannte später alles und jeden in dieser Geschichte, besuchte regelmäßig Themenparks und so war das mit allem, was ihr gefiel. Da hat sie sich immer sehr mit Dingen beschäftigt. Molly war auch so jemand, wo man sich irgendwann gefragt hat, wie macht sie das? Der Tag hat doch nur 24 Stunden, bestimmt schläft sie nie. Weil Molly hat neben ihren vielen, vielen Hobbys auch noch studiert und nicht nur das, am Ende hatte sie zwei Master in Psychologie. Das ist alles andere als einfach, vor allem wenn man nebenbei so viele Hobbys hat. Molly war einfach ein sehr großes Organisationstalent. Sie war außerdem sehr fleißig, das war wohl das Geheimnis ihres Alltags. Während andere sich große Schritte lange überlegen, macht Molly sie einfach. Und beweist, man kann zur Schule gehen, super Noten schreiben, aber auch Zeit finden für die eigenen Hobbys. Egal wie viele das sind. Man muss alles nur richtig organisieren, dann kann das funktionieren. Es war ihr auch völlig egal, was andere über sie denken. Das sagen alle, die das Glück hatten, sie kennenzulernen. Sie hat immer gemacht, was sie wollte. Eine bewundernswerte Einstellung. Molly macht sich dann nebenbei selbstständig mit Nageldesign. Die kleine Firma Shine Sparks läuft ziemlich schnell, ganz gut, weil ich weiß nicht, inwiefern ihr euch damit auskennt, aber will man einen Nagellack haben, der mehr als zwei Tage schick aussieht, dann muss man diesen auch in einer entsprechenden Preiskategorie einkaufen. Molly hat das genau andersrum gemacht. Sie meinte, sie liebt schöne Fingernägel, sie bringt einfach Produkte auf den Markt, die hochwertig sind, aber einen guten Preis haben. Darum lief dann auch ihre kleine Firma ganz gut. Gut, 2017 beginnt Molly dann damit, ihren Alltag auf YouTube zu dokumentieren. Sie machte auf ihrem Kanal alles Mögliche von Videos, wie sie singt. Sie zeigt ihren Alltag, gibt Make-up-Tipps, macht Werbung für ihre kleine Firma. In einem Video geht es um ein Hochzeitskleid, das sie sich gerade erst hat liefern lassen, aber so weit sind wir noch nicht. Ja, Molly war ein sehr faszinierender Mensch. Sie hatte auch eine sehr gute Beziehung zu ihren Eltern, besonders zu ihrem Bruder Tim. Die beiden waren die besten Freunde, haben alles zusammen gemacht und der sagte später auch, Molly hat alles so wundervoll und selbstbewusst immer gemacht. Es war immer so faszinierend zu sehen, wie sie alles meistert. Keiner wusste, woher sie das hat, aber es war immer spannend zu sehen, was macht Molly als nächstes. Molly heiratet das erste Mal mit gerade einmal 20 Jahren, ihre College-Liebe. Die Ehe hält nur zwei Jahre, als Molly gerade dabei ist, die Papiere aufzusetzen, bemerkt sie, dass sie schwanger ist. Das ändert aber nichts an ihrer Einstellung. Molly hatte zu dem Zeitpunkt auch schon eine neue Liebe am Start, eine Frau namens Amber. Die beiden hatten in dieser Zeit zufällig den Kontakt wieder aufgenommen. Die beiden kannten sich von klein auf, mochten sich aber nie besonders. Aber wie das manchmal so ist, man trifft sich nach Jahren wieder und dieses Mal waren beide erwachsen und es hatte sich etwas verändert. Amber und Molly verlieben sich ineinander, werden ein Paar und kümmern sich beide gemeinsam um Mollys Sohn Declan. Einige Jahre war dann alles ruhig. Molly findet nach ihrem Abschluss einen gut bezahlten Job. Ihr kleines Business läuft auch gut. Doch bald fällt Amber auf, dass Molly irgendwie zu fröhlich zur Arbeit tänzelt. Ich meine, dass man sich über seinen neuen Job freut, nachdem man so lange studiert hat, ist ja normal. Aber hinter Mollys Lächeln, wenn sie sich für die Arbeit fertig macht, irgendwie war das Grinsen zu breit. Da wusste Amber, irgendwas stimmt nicht. Molly hat Amber auch nie ihre genauen Arbeitszeiten gesagt. Zuerst ist sie mit dieser Vermutung alleine. Molly ist von Natur aus ein Honigkuchenpferd. Was soll denn sein? Gönnt ihr doch den Spaß an ihrem neuen Job? Heißt es aus dem Umfeld? Doch, Amber kennt Molly. Eines Tages kann sie nicht anders. Als Molly zur Arbeit geht, fährt Amber hinterher. Molly fährt nicht in Richtung Arbeit, sondern in die Richtung von einem Motel. Amber wartet erst eine Weile vor dem Gebäude. Sie wusste, in welchem Zimmer Molly war. Das sah sie vom Parkplatz aus. Dann entscheidet sie sich, an die Tür zu klopfen. Sie wollte wissen, mit wem Molly da drin ist. Ich meine, zu dem Zeitpunkt hätte es ja noch sein können, dass Molly da irgendwie Bücherclub besucht. Aber so war es natürlich nicht. Als Molly die Tür aufmacht, sieht Amber in der hintersten Ecke des Zimmers einen Mann. Molly hatte eine Affäre mit einem Arbeitskollegen namens James Eddy. Das hat keiner verstanden. Wie Mollys Familie später sagte, das passte überhaupt nicht zu ihr. Sie war nie jemand, der in einer Beziehung eine Doppelbesetzung macht. Auch, dass Molly die eine Beziehung zu Amber nicht einfach beendet hat. Sie selbst hatte zu alledem übrigens nicht viel zu sagen, außer, dass sie das auch nicht geplant hat. Aber sie hat einfach diesen neuen Job angefangen, den 16 Jahre älteren James dort getroffen und hat sich einfach verliebt. Nach dieser Bekanntschaft im Hotel waren Molly und James dann auch offiziell ein Paar. Amber hat ihre Sachen gepackt. Mollys Familie gab sich viel Mühe, James zu akzeptieren. Aber sie konnten ihn einfach nicht leiden. Keiner hat verstanden, was Molly an ihm findet. Er war das genaue Gegenteil von ihr. Was ja noch okay wäre, nicht jeder muss den ganzen Tag fröhlich sein, singen und tanzen wie Molly. Aber James machte gar nichts. Wenn er zu Besuch war, redete er kaum. Er hatte keine Hobbys, keine Interessen. Die Familie mochte so vieles an ihm nicht. Die Tatsache, dass James auch noch verheiratet war. Er selbst hatte mit seiner Frau Melanie zwei Kinder. Er meinte, sie leben schon lange nicht mehr unter einem Dach, aber das Ganze dauert einfach so lange. Das hat die Familie nicht verstanden. Was dauert da bitte so lange? Und wie kann man eine Beziehung eingehen, wenn man noch verheiratet ist? Sollte man nicht erst das eine klären und dann in die nächste Beziehung? Und warum dauert sowas gleich mehrere Jahre? James meinte dann immer, ja, er und seine Ex-Frau, die sind sich in vielem nicht einig. Darum dauert das so lange. Und er sieht es auch nicht ein, mit einer neuen Beziehung so lange zu warten. Besonders, als er dann Molly kennengelernt hat. Die Familie von Molly mochte vor allem nicht, dass James nie Geld ausgegeben hat für sie. Egal was war, sie hat immer alles bezahlt. Er meinte dazu nur, ja, er muss ja die Hälfte von seinem Gehalt abgeben. Er hat nicht so viel. Und es ist ja Mollys Entscheidung. Ihr Bruder Tim sagte, keiner mochte James. Schon in seiner Nähe zu sein, empfand er als komisch. Auch Jahre später hat immer noch keiner verstanden, was Molly an James findet. Aber sie war total verliebt in ihn. Ist immer um ihn herum gehüpft wie eine kleine Elfe und alle dachten sich, na gut, er muss ja keinem gefallen, außer ihr. Molly und James sind dann sieben Jahre zusammen. Und endlich nach sieben Jahren ist es dann soweit. James bekommt die Papiere, die bestätigen, dass er und seine Frau Melanie nicht mehr verheiratet sind. Molly will diesen Tag direkt groß feiern. Lange hatte sie darauf gewartet. Sie bezeichnete James nach wie vor als ihre große Liebe. Und als die Papiere dann da sind, macht Molly im Oktober 2017 ihrem James einen Heiratsantrag, den er dann auch annimmt. Molly hätte zu diesem Zeitpunkt nicht glücklicher sein können. Endlich kann sie die Hochzeit zwischen ihr und James planen. Wäre es nach ihr gegangen, wären die beiden schon längst verheiratet. Sieben Jahre ist da doch viel zu lang. Molly macht bei der Planung der Hochzeit natürlich wieder alles so sorgfältig, wie sie auch alles immer macht. Wie eine richtige Prinzessin wollte sie sich an dem Tag fühlen. Das Motto der Hochzeit war Disney. Und für Molly gab es bei dieser Hochzeit kein Zuteuer. Sie kaufte alles, was ihr gefiel, sogar zwei Hochzeitskleider, weil sie sich nicht sicher war, welches sie nehmen soll. Molly hat sogar eine Hochzeitsplanerin eingestellt. Also diese Hochzeit sollte ein sehr großes Event werden. Doch dann, im Dezember 2017, erhält James eine Nachricht. Er erzählt Molly, dass ihn soeben die Behörden darüber informiert haben, dass seine Ex-Frau Melanie wohl mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen ist. Sie wurde zwar rechtzeitig gefunden, aber es sieht nicht gut aus, wie es jetzt mit ihr weitergeht. Das wird die Zeit zeigen. Im Moment wäre sie noch an Geräte angeschlossen. Sie reagiert auf nichts. Es bleibt die Frage, ob sie wieder aufwachen wird, das kann keiner sagen. Molly plant erst einmal weiter ihre Hochzeit mit James, obwohl dieser meint, dass er sie so nicht heiraten kann. Das ist gegenüber seiner Tochter und seinem Sohn nicht fair. Es kommt ihm so vor, als würde er ihnen so einfach eine neue Mutter hinstellen. Molly hat dafür Verständnis. Sie sagt aber auch, ja, die Hochzeit ist ja erst nächstes Jahr im April. Wir können schon weiter planen. Bis dahin wissen wir ja auch mehr, wie es mit Melanie weitergeht. Doch viele Monate gehen schnell vorbei. Und wie es der Zufall manchmal so will, fünf Tage vor dem Hochzeitstermin, es war alles bereit. Molly hatte ihr Kleid, die Ringe waren ausgesucht, die Location gebucht. Fünf Tage vorher kriegt James den Anruf, dass Melanie es nicht geschafft hat. Sie wussten nicht, was sie jetzt machen sollen. James meinte dann zu Molly erst, er kann sie nicht heiraten. Er muss jetzt erstmal für seine Kinder da sein und alles organisieren. Aber wie die beiden dann auch gemerkt haben, werden sie sehr viel Geld verlieren, wenn man alles so kurzfristig verschieben will. Also sagt James dann doch, okay, er wird Molly wie geplant Ende April heiraten. Sie hat ja auch sich das so lange gewünscht, er wollte halt in dem Moment es irgendwie allen recht machen. Also werden sie wie geplant heiraten. Darum holen sich die beiden eine Hochzeitslizenz. Diese Lizenz läuft ein bisschen ab wie bei uns in Deutschland. Man muss seinen Ausweis mitbringen, Sozialversicherungsnummer und eine beglaubigte Kopie, dass man nicht woanders verheiratet ist. Dann gibt es ein kleines Gespräch. Der Mann, der bei den Behörden für diese Papiere zuständig war, der meinte später, er wird die Begegnung mit Molly und James nie vergessen. Sie lächelte die ganze Zeit, konnte es kaum erwarten und er, also James, stand einfach nur da. Er kam auch ein paar Minuten zu spät. Außerdem hat er dann versucht, mit dem Mitarbeiter zu diskutieren. Er wollte nicht verstehen, warum er dieses Formular abgeben muss, wie oft James schon verheiratet war. Das würde niemandem etwas angehen. Tatsächlich kam dann in diesem Gespräch heraus, dass die Ehe mit Molly seine fünfte Ehe sein wird. Es ist unklar, ob sie das wusste. Jedenfalls war diese ganze Situation da beim Amt alles andere als romantisch. Der Mann sagte später, das wird er nie vergessen. Menschen, die da ihre Papiere zum Heiraten abholen, die freuen sich in der Regel wie Schneekönige. James wollte einfach nur so schnell wie möglich wieder raus. Wenn er was gesagt hat, dann wollte er immer nur wissen, wieso, weshalb, warum, wollen sie dieses und jenes wissen, wozu ist das gut. Aber sie bekommen am Ende ihre Hochzeitslizenz. An dieser Stelle würde mich mal interessieren, hat man euch das damals auch gesagt am Standesamt? Also mir und meinem Ehemann schon. Bei diesem Gespräch sagte uns die Dame auch, dass es für uns beide jeweils die erste Ehe ist. Das war ja für uns keine Überraschung. Aber ich wusste gar nicht, dass sie das überhaupt machen. Wurde euch das auch gesagt? Ich habe Verwandte gefragt und da meinten alle, Nö, dass beide, bevor sie die Papiere unterzeichnen, gesagt bekommen, wie oft der andere jeweils verheiratet war. Ist das neu oder macht das jede Behörde, wie sie will? Richtig finde ich das. Wobei ich auch nicht wissen will, zu wie vielen Überraschungen es dadurch manchmal kommt. Am 27. April 2018 fährt ein Mann namens Glenn den für ihn gewohnten Weg. Er hatte vor, in den Abendstunden noch seine Mutter zu besuchen, seine Tochter wollte da übernachten. Er kannte den Weg dorthin in- und auswendig, er nimmt auf der Strecke immer gerne mal diese kleinen Landstraßen. Damit spart man, wenn man es clever anstellt, eine Menge Zeit. Doch an diesem Abend war etwas anders. Glenn bemerkt auf einer Straße zwei Fahrzeuge am Wegesrand. Das war ungewöhnlich. Normalerweise ist niemand hier. Die meisten wissen auch nicht einmal, dass man hier überhaupt fahren kann. Glenn fährt an beiden Fahrzeugen langsam vorbei, macht ein Fenster auf und fragt, ob alles in Ordnung sei. Glenn sieht nicht, wer vor ihm ist, er hört nur eine Stimme, die eines Mannes, die sagt, ja, alles gut, er kann weiterfahren. 30 Minuten später auf dem Rückweg kommt Glenn wieder an der Stelle vorbei. Dieses Mal war dort nur noch ein Auto da und dann sieht er etwas. Da ist jemand neben dem Auto auf dem Boden. Glenn weiß nicht, was er machen soll. Er meldet das sofort den örtlichen Behörden, die meinen, ob es für ihn möglich wäre, näher ranzugehen. Glenn macht das auch und er meint dann, da ist eine Frau, aber sie antwortet mir nicht, wenn ich sie anspreche. Er kann nichts machen. Die Beamten kommen dann. Bei der Frau handelt es sich um Molly Watson. 35 Jahre. Auf dem Beifahrersitz waren ihre Papiere, unter anderem die Hochzeitslizenz. Aber was war passiert? Nun, jemand saß wohl im Auto hinter ihr mit einer Waffe. Sie hatte offensichtlich keine Ahnung, was gleich sein wird. Der erste Gedanke war, dass jemand vielleicht mit seinem Auto an der Straße gewartet hat, bis jemand kommt. Glenn hatte ja 30 Minuten zuvor noch zwei Autos an dieser Stelle gesehen. Die Straße kennt kaum jemand. Eventuell wollte jemand so schnell Geld machen, aber das konnte nicht sein. Im Auto von Molly waren noch alle Wertgegenstände. Geldbeutel, Bargeld, Schmuck. Die Beamten googeln dann Mollys Namen, finden ihre Webseite. So erfahren sie, dass sie vorhatte, in zwei Tagen zu heiraten. Sie holen sich die Adresse von James und fahren um 2.30 Uhr zu ihm nach Hause, um ihm mitzuteilen, was passiert ist. Und da kommt es dann für die Beamten zu einer großen Überraschung. Nicht James öffnet die Tür, sondern Melanie, seine Ex-Ehefrau. Die Melanie, die doch eigentlich gar nicht mehr da sein sollte. Die öffnet um 2.30 Uhr, etwas müde, aber putzt munter die Tür und sagt, was ist los? Nach einigen Minuten klärt sich dann die Situation, Melanie ist die Ehefrau von James. Aber James wollte in zwei Tagen Molly heiraten und James hat gesagt, dass Melanie gar nicht mehr da ist. Die Beamten waren auch sehr überrascht, zu sehen, dass es Melanie sehr gut geht. Und das war der Moment, als Melanie erfährt, dass ihr Ehemann James seit sieben Jahren eine Affäre hat. Wie ist sowas möglich? Na ja, James und Melanie waren seit 23 Jahren verheiratet. Sie wären nicht mal im Traum darauf gekommen, dass er noch eine andere hat, weil James war die Sorte, die sich gerne darüber auslässt, dass man in einer Beziehung unbedingt treu zu sein hat. Aber James war dann in einer Beziehung mit Molly seit sieben Jahren. Die beiden Frauen haben nichts voneinander gewusst, weil James das sehr clever angestellt hat. James hat seiner Ehefrau einfach nie seine richtigen Arbeitszeiten gesagt, hat behauptet, er macht Doppelschichten. So war es möglich, gleichzeitig eine Beziehung zu Molly zu haben. James wurde dann sofort an Ort und Stelle einkassiert. Es war klar, dass er in dem Fall die Nummer 1 ist. Melanie konnte das alles nicht glauben, aber sie wusste ganz genau, wohin sie jetzt muss, wenn sie antworten will. James hatte eine Art Hobbyraum im Keller. Es war Melanie nie erlaubt, dort zu sein. Das war ihr jetzt natürlich egal. Sie sagte später, das konnte nicht wahr sein. Ihr Ehemann hat da seit sieben Jahren eine Beziehung mit einer anderen und ich merke nichts. Aber sieben Jahre sind eine lange Zeit. Es muss dafür Belege geben. Melanie meinte, das hat sie einfach für sich gebraucht. Auch das James einfach herum erzählt, dass seine Ehefrau gar nicht mehr da ist. Er wollte in zwei Tagen eine andere heiraten. Sie durchsucht das ganze Haus. Erst auf dem Dachboden wird sie etwas finden. Das sind mehrere Pakete. Da findet Melanie dann Briefe, Fotos, Gegenstände, die beweisen, dass ihr Ehemann seit sieben Jahren in einer Beziehung mit Molly Watson war. Und nicht nur das. Was James mit Molly alles unternommen hat in diesen Jahren, das war alles sehr genau dokumentiert. Sie sind essen gegangen, romantische Urlaube und anhand dieser Papiere sieht Melanie, dass James oft mit beiden Frauen denselben Urlaub gemacht hat. Also James war ab und an ein paar Tage nicht da. Er meinte, seine Firma schickt ihn weg zu einer Weiterbildung nach Florida und in Wahrheit war er dann dort mit Molly im Urlaub, kam zurück und meinte zu Melanie, es war so schön dort, lass uns doch mal hingehen und dort Urlaub machen, richtig entspannen. Melanie sah Bilder, wie James und Molly im gleichen Hotel waren, wie sie und James dieselben Sachen gemacht haben, dieselben Orte besucht haben. Melanie wollte das Ganze erst vor den Kindern verheimlichen, aber sie holt dann ihre Eltern ins Haus und sagt den beiden, was Sache ist. Und es stellt sich dann heraus, dass die Kinder schon alles wussten. Das Doppelleben von James war sofort das ganze Thema der ganzen Stadt. Die Tochter Emma hat alles über einen Post auf Facebook erfahren und Emma meinte dann auch, sie kennt Molly sogar. Sie sind sich einmal begegnet. Die Tochter von Melanie wollte zur Comic-Con mit einem selbstgemachten Kostüm und James ist dann mit Emma zu Mollys Haus gefahren, weil Molly näht ja eigene Kostüme, besonders für solche Veranstaltungen. Emma meint außerdem, dass ihr Vater James nicht zu der Uhrzeit daheim war, welche er zuerst gegenüber den Beamten angegeben hat. Offiziell war James an dem Abend, als das mit Molly war, um circa 19 Uhr weg. Er wollte sich mit einem Kollegen treffen, war dann aber um 20.30 Uhr wieder zu Hause, weil dieser Kollege irgendwie nicht zu Hause war. Die Tochter hat an dem Abend noch Hausaufgaben gemacht. Sie saß um 22 Uhr noch unten am Tisch. Da kam dann James erst nach Hause und es ist ihr aufgefallen, dass James zu Hause sofort ganz komisch war, als er sah, dass seine Tochter noch wach ist. Alle anderen im Haus haben schon geschlafen. Er hat nicht damit gerechnet, dass noch jemand wach ist. Emma war dann fertig, ist ins Badezimmer zum Zähneputzen. James kam dann wieder herein und sie hat dann gesehen, dass er seine Kleidung sofort gewaschen hat. Das ist Emma auch gleich aufgefallen, weil er eben so wenig geredet hat, sie direkt gefragt hat, ja was ist sie noch wach um die Uhrzeit. Und während sie sich die Zähne geputzt hat, hat er Wäsche gewaschen. Und Emma wusste, da stimmt irgendwas nicht, wenn mein Papa um 23 Uhr noch Wäsche wäscht. Das hat er noch nie gemacht. Tatsächlich werden dann keine Spuren von Molly an James' Kleidung gefunden. Die Beamten vermuten, dass er das Ganze an dem Abend wohl vorbereitet hat und wohl auch seine Kleidung gewechselt hat. Dann findet man mehrere hundert Meter von Mollys Auto entfernt ein T-Shirt. Darauf waren dann rote Flecken und die waren von Molly. Tochter Emma sagt, dieses T-Shirt gehört ihrem Papa. Da ist sie sich ganz sicher, weil sie hat dieses T-Shirt für ihn damals in der Schule gemacht, bei einem Wettbewerb. Dieses T-Shirt gehörte ihm. Es ist einzigartig, weil Emma meinte, die Schrift kam am Ende nicht so raus, wie sie das gerne gehabt hätte. Also war James in jener Nacht an dieser Straße, wo Mollys Auto gefunden wurde. Außerdem wird der Arbeitskollege von James befragt. Dieser sagt, er und James hatten gar nicht vor, sich an dem Abend zu treffen. Zudem kann man feststellen, dass die Reifenspuren neben Mollys Auto von James' Fahrzeug kommen. Also dieser Glenn hat an dem Abend mit James gesprochen, ganz sicher. Das Ganze hat nicht einmal zehn Stunden gedauert, bis alles klar war. Im April 2021 beginnt der Prozess. Vor Gericht wird dann gesagt, James hatte über sieben Jahre zwei Beziehungen. Einmal die Ehe zu Melanie, dann die Beziehung zu Molly. Beide Frauen haben nichts von der jeweils anderen gewusst oder irgendetwas gemerkt. James hatte beide Beziehungen einfach perfekt getimt. Molly dachte, James' Liebe ist aufrichtig. Das alles hat dann aber nicht mehr funktioniert, als sie ihn dann unbedingt heiraten wollte. Vermutlich ging es James nur um Mollys Geld, weil sie war sehr fleißig, hat gut verdient, hat ein kleines Business gehabt, das gut lief. Geld war da immer da und Molly war jemand, der Dinge nie hinterfragt hat. Aber als sie heiraten wollte, musste James eine neue Geschichte präsentieren. Erst behauptete er sieben Jahre lang, ja, er wäre noch verheiratet. Seine Ex-Frau Melanie würde den Prozess einfach immer bewusst hinaus zögern. Dann, als es nicht mehr anders ging, behauptete er, er kann Molly jetzt nicht heiraten, weil Melanie geht es nicht gut, aus Respekt gegenüber seinen Kindern. Müssen sie mit dem Heiraten warten? Man geht davon aus, dass James Molly loswerden wollte, weil Daten aus ihrem Browserverlauf zeigen, dass Molly in den Tagen vor dem 27. April angefangen hat, Melanie zu googeln. Vermutlich hat sie so erfahren, dass James immer noch verheiratet ist, dass es Melanie sehr gut geht und dass sie wohl auch keine Ahnung hat. So musste James sich für eine Frau entscheiden und er wählte wohl die, mit der er keine Kinder hat. Am 29. April 2021 wäre der dritte Hochzeitstag von James und Molly gewesen, wenn sie wie geplant an diesem Tag geheiratet hätten. Dazu kam es ja nicht, wie wir wissen. Stattdessen hört James an diesem Tag die Worte, dass er für das, was mit Molly war, verantwortlich ist. Wie viel er bekommt, muss das Gericht entscheiden. Das dauert ein paar Wochen. Die Familie von Molly oder genauer gesagt ihr Bruder hat an diesem Tag ein Statement vorgelesen, eines, das man nicht hätte besser schreiben können. Er meinte, ich werde nie verstehen, warum James die Beziehung zu Molly nicht einfach beendet hat. Molly wusste von gar nichts. Sie dachte all die Jahre, James würde sie aufrichtig lieben. Sie heiratet die Liebe ihres Lebens. Und all das hat nicht nur seine Schwester gekostet, nein, die Eltern ebenso. Beide hatten keinen Willen mehr für gar nichts, als Molly nicht mehr da war. Darum bitten beide das Gericht um das Höchste, was es gibt. Und das bekommt James dann auch drei Monate später, lebenslang. James hat schon gesagt, dass er gegen dieses Urteil vorgehen wird, weil er ist der Meinung, sein Anwalt hat keinen guten Job gemacht. Er meint bis heute, er war das mit Molly nicht. Es ist unklar, ob diese Sache durchkommt, aber wohl eher nicht. Also das T-Shirt, welches die Tochter gebastelt hat, die Reifenspuren. Ich werde so ein Verhalten auch nie verstehen. Lieber zwei Beziehungen haben, dann eine Person kommt weg, weil man einfach keiner von beiden sagen kann, was Sache ist. Aber man betreibt lieber so einen Aufwand, weil Molly Geld hatte. Das Warum wissen wir übrigens bis heute nicht. James sagt dazu gar nichts. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Wie immer frage ich zum Schluss, wer kannte diese Geschichte? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.